Ansonsten haben wir jetzt nur noch Blutstein, okay. Also Blutstein gibt es jetzt zum Abwinken, ne? Aber auch nur einer. Warum so wenig? Okay, jetzt haben alle ein Level ab. Außer ich. Ähm, wo ist mein Dämmerstein? Da ist Dämmer... Ah, guck mal, Snow, apropos wieder fett farm. Hallo. Wir brauchen noch ganz eine Menge. Zwei Stück nur? Okay, also irgendwie habe ich hier ein ganz schlechtes Loot-Pech gerade. Kannst du jetzt mal deine Waffen wegstecken? Hier ist nichts mehr. Auch nur Blutstein. Äh, ey, Wolf mal Dämmer... Oh Gott, zwei Stück. Zwei Stück, zwei Stück. Hahaha, das muss man so ausnutzen. Wie, Tiff? Zwei Stück? Sieben Stück, na also, schon ein bisschen besser. Und da rennen wir die Nächsten rum. Wahnsinn, ey. So, Tiss ist jetzt, glaube ich, eine Truhe, genau. Sanya war auf das hier nicht vorbereitet. Okay, der Riss war gut hier, der Sog des Abgrunds, nur leider. So, Tiss ist jetzt, glaube ich. Es macht so Laune, also, zum Kämpfen jetzt. Ja, jetzt müssen sie das scheiße wieder töten, weil dieses verfickte Drecks-Elch wieder in meine scheiß Minen reingelaufen ist. Das war jetzt, glaube ich, also, das war auch ein Prachtwetter, ne, ja. Ah, da gibt's ja hier gar nicht. Finde ich schön, wie meine Mine einfach in der Luft da oben explodiert. Okay, kann ich jetzt wieder, äh, ein bisschen plündern und so weiter? Sie werden wahrscheinlich wieder überall Snowflores gleich spawnen. Hier ist eine verschlossene Tür. Okay, jetzt müssen wir auch kurz mal hier hoch. Was ist jetzt hier wieder gespawnt? Wieso ist jetzt hier wieder was Rotes? Wir müssen diesen Magier aufhalten. Achso, das ist für Cassandra. Gordon, der Aufrichtige. Achso. Oh-oh. Oh-oh. Der wird ein bisschen auf den Sack. Es ist vorbei. Danke, dass ihr uns hierher gebracht habt. Na, nix zu danken. Waren das nicht alle oder fehlt jetzt irgendwie noch einer? Kann das sein, dass Cassandra uns gar nicht mehr zustimmt, weil wir bereits das Maximum der Zuneigung erreicht haben? Und hier brauchen wir geschickt dahinter gute Werkzeuge, was wir jetzt haben. Endlich mal. Uah, kommen wir überall mal rein. Gut, was haben wir denn hier schönes? Irgendwas Lilans, wenn ich bitten darf. Hosbergspalter. Der ist so ganz... Der ist gar nicht mal so schlecht. Der ist, glaube ich, richtig mal gut. Jetzt eine Pepsi, ey. Okay. Fluch der Morax. 27 Rüstungswert. Geschicklichkeit und Klugheit. Oh Gott. Wie scheiße sehe ich denn aus? Das ist ja so eine olosianische Scheiße. Leck mich am Arsch. Den Scheiß kann irgendjemand anders tragen. Was riechst du überhaupt? Kapuze der Feuerresistenz? Das habe ich doch damals im Prolog gefunden vom Spiel. Das ist so kein Solus mal so scheiße rumlaufen. Einen olosianischen Scheiß tue ich mir sicherlich nicht an. Frostschauerstab. 107 ohne Rune. Willenskräfte. Oh, der ist gar nicht mal so... Alter. Stufe 3. Perfekt. Rüge der Sunderlande. Großaxt. Ja, aber das könnte ich gut verkaufen. Jetzt bekommen wir die ganzen geilen Sachen. Jetzt geht's los. Endlich. Okay, da ist der zweite Riss. Der erste war ja relativ lame. Dämmerstein. Wichtig. Aber auch nur zwei. Warum denn nur so wenig? Da habe ich noch Dämmerstein vergessen. Rüstungsdurchdringung. Die Jagd findet die Ruinen in der Notiz, das Jägers erwähnt wurde. Werden. Ich will zu meinem Dämmerstein! Weißt du? Unten komme ich hoch? Hier nicht oder... Alter, leck mich doch fett, ey. Das war auch nur Blutstein. Ich will Dämmerstein haben. Verdammt. Ich brauche alles, was Stufe 3 Metall ist. Hier damit. Acht Stück! Na, endlich. Damit können wir doch schon mal was anfangen. Ich habe mir übrigens mal... Äh... Vielleicht Rebellen-Nessel. Oh! Das sage ich später. Nachdem wir kurz mal gleich... Villan da ist! Perfekt. Aber ich glaube, da gab es jetzt ein paar eklige, ne? Nur zwei? Drei? Piss dich! Was willst du von mir? Oh, jetzt bin ich tot! Einer weniger! Alter! Matrix, Alter! Matrix! Was geht hier ab? Wuuuuh! Ich habe... Das ist keine, äh... Video-Verarbeitung, die ich hier gerade mache, ne? Alter! Matrix, Mann! Matrix reloaded! Was ist denn jetzt los? Hahaha! Uuuuuh! Slow motion! Okay, jetzt kann sich das Spiel langsam wieder beruhigen, bitte. Hallo? Das Spiel kann sich jetzt bitte wieder beruhigen! Ähm... Was ist denn jetzt los? Das habe ich noch nie gehabt! Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Hahaha! Ich habe das Spiel zerstört! Ich habe das Spiel kaputt gemacht! Ja... Äh... Äh... Ich... Äh... Ähm... Äh... Ja! Äh... Ähm... Ähm... Nun ja! Und Blackwall, du kannst dich kurz mal heilen, bitte. Ich werde wahrscheinlich eh gleich verrecken. Weil ich nicht so wirklich angreifen kann. Ich würde ja jetzt ganz... Uuuuuiiii! Slow motion aus dem Maul fliegen! Cool! Ja, ich komme nicht hoch! Hallo? Kann ich jetzt kurz... Kann ich jetzt endlich aufstehen hier? Ja, ich kann mich wieder bewegen! Ja! Juhu! Jetzt slide ich hier kurz mal rum! Ich habe einen Schlag gemacht! Juhu! Okay, am Anfang fand ich es ja lustig, aber... Jetzt wird es langsam ein bisschen nervig! Ich frage... Junge, leck mich doch im Arsch! Junge, ich habe keine Ahnung, durch... ...durch was ich hier Schaden bekomme! Das ist mich verarschen, sag mal! ... ... 1324 Das Spiel beruhigt sich auch nicht mehr Okay, ich flünder kurz mal Kann ich hier Äh, ja, gut, dass ich das geplündert habe Das hab ich noch nie gehabt Ähm Es gibt nichts zu berichten, Sir Kann ich jetzt Kann ich jetzt langsam mal wieder vernünftig spielen Es gibt nichts zu berichten, Sir Ja Ja, das sieht etwas normaler wieder aus Dankeschön, Spiel Dass ich mal wieder vernünftig spielen kann Okay, meine Elementalminen haben irgendwie das komplette Spiel zerstört Als der Dämon des Zorns aber da komplett reingerannt ist Und der dann einfach instant gestorben ist Schön, dass meine ganzen Leute jetzt schon mal gleich Schaden kassieren Das find ich auch sehr schön Schon gleich ein Drittel der Lebenspunkte weg Find ich sehr gut gemacht Was ist denn Netz hier los, sag mal Ich meine, bei den Prüfungen steht ja Dass diese Prüfungen eventuell das Spiel kaputt machen können Aber ich hab doch nur das fucking Äh, geht Und das war's Das kann doch nicht gleich das ganze Spiel dadurch kaputt machen Immerhin konnten wir plündern, ey Ich meine, der Lappen Der Dämonenlappen würde wahrscheinlich da auch noch weiter rumliegen Selbst wenn die ja irgendwo uns teleportieren Oder selbst wenn wir das Spiel beenden Ich glaub, dann liegt der trotzdem noch da rum Der Riss ist aber weg, ja Gut Haben wir leider nur nicht so wirklich gut gesehen Wie wir das Ding zerstört haben Was soll ich mit dem scheiß Blutstein? Elvarid, ja Das ist schon gleich tausendmal besser Acht Stück, perfekt Blutstein gibt's aber auch nur am Anfang hier Solas Perfekt Die Viecher tun mir echt leid, ne Aber Snowflare Das ist ne Menge Was ist mit meiner Maus hier auf einmal los? Äh, ist sie so schnell? Ne Bin ich zu langsam? Ist die Maus zu schnell? Bist du zu langsam? Fisherman's Friend Blutstein Äh, da ist noch Arborsegen Aber da ist glaub ich auch ein Lagerfeier Da gibt's noch irgendwas zu holen, glaub ich Ja, zu lesen Ein aufgeschlagenes Tagebuch Hier liegt einfach Gold in überall rum Find ich nicht schlecht Arborsegen, wichtig, mitnehmen Brauchen wir Dringend Vier Wölfe, wow Philanderis brauchen wir Ebenfalls für die letzte Aufwertung der Tränke Und hier dürfte, glaub ich, sogar irgendwo der Jäger sein, glaub ich, ne Findet den Jäger Stabgriff, Stufe 3 Supergeil Die Jagd Eine Nachricht, die von wütenden Händen zerrissen wurde Wieder zusammengefügt, lautet sie Lass mich in Ruhe, da schwöre ich, bringe dich um Das ist wahrscheinlich eine Frau im Spiel Dann endet das immer so Hehehe Arborsegen Arbor, kann ich da durch? Kann ich mich hier durchglitschen? Nö Alles mitgenommen Alles wird mitgenommen, meine Freunde Außer Blutsteinen Den Scheiß kann man eigentlich Der Scheiß ist einfach billig und kacke Gehört in den Müll, der Brau nicht Noch ein paar Pläne, bitte Doppelkling Das kannst du sonst wo stecken lassen Ich find's aber geil, dass wir jetzt hier die ganze Zeit Non-Stop Pläne bekommen, ne Das sieht schon fast ein bisschen geil aus Gut, ich sag mal wieder Hallo Na Jungs Find ich gut, dass meine Leute sich direkt vor denen teleportieren Ich drück erstmal alle falschen Knöpfe, die ich habe Und Dale's Lohn bitte Ganz gerichtig Dale's Lohn Nichts berührt, Digga Oh, das ist gut Das ist auch Das ist super Verborgene Klinge mit fünf zusätzlichen Treffern Das müssen wir uns für die Super-Rüstung aufheben Hier ist ne Flasche Ey du Flasche, ey Nimm mal die Flasche mit Sah eigentlich aus wie so ne Thedas-Thedas-Flasche oder sowas, aber Lass mich hier hoch Alter, ich dreh gleich so durch Okay, Skill bringt's Plündern, was? Noch ein Plan bitte Okay, schade Leider kein Plan Aber ich meine Selbst das Gold Was wir jetzt hier bekommen Ist so richtig viel schon Lass mich hier durch Die gefrorenen Kristall-Kraskade Voll der geile Name eigentlich Merke ich mir für mein MPG Eiskalt geklaut Rotes Lyrium Kann ich von diesem scheiß roten Lyrium nicht irgendwas abkratzen, sag mal Und dann für meine Verderdnis-Rude benutzen? Wieso muss ich dazu immer irgendwelche Flachwichser von Templern töten? Damit ich dann Unterhosen sehe Und rotes Lyrium Jetzt gehe ich mit Absicht hier die ganze Zeit diesen Kackweg hier lang Und damit ich hoffe, dass hier irgendwo Dämmerstein ist, aber Da rumliegt doch bestimmt wieder irgendwas rum, oder? Nö Gibt es hier Scherben? Wenn ja, dann liegt da eine Scherbe Und dann könnte ich es kotzen Was ist das da? Achso Barrick Wir laufen hier so richtig besoffen rum, ne? Aber wir laufen eigentlich richtig Bis auf Ach, Mann, ey Da ist noch was schwarz Ich möchte ganz gerne die ganze Karte aufdecken, wenn es geht Einfach deshalb schon Stufe 3 Sachen Okay, ich glaube, der Bonus aktiviert sich beim Abosägen, aber irgendwie gar nicht, oder? Okay, jetzt haben wir alles hell gemacht Ja, perfekt Jetzt können wir weiter Alter, bei mir ist es gerade so scheiße dunkel hier Da läuft gerade ein Robot Mit Will Smith So, da war eine Dingsenhaus Da ist nichts drin Hier haben wir wieder Abosägen Ganz wichtig Und da sehe ich gleich Und da sehe ich gleich Uh, da gibt es gleich Gemetzel Wow 1, 2, 3, 4, 5 6 Aber die sind gerade so weit auseinander Eigentlich müssen wir ganz kurz mal warten Bis die ein bisschen zusammen sind Ich glaube, der wird uns jetzt wahrscheinlich eh gleich bemerken Ja Ist das hier mal? Solos wurde glaube ich von den Äh, von den Bogenschätzen gerade weggehauen Äh Was ist das hier? Das war super. Nimm den Hochhain für die Inquisition im Besitz. Mach ich sofort. Was, ich würde hier nur ungern vorbei? Was? Plüschiger Bären samt auch alles Stufe 3. Dales Loden. Dales Hoden. Okay, wie droppen die beides? Er möchte aber noch ein bisschen was plüren dann. Wir haben hier zum Beispiel noch ein Säckchen vergessen. Jetzt finden wir hier die ganzen fetten Stufe 3 Stoffe. Stufe 3 Metall, Stufe 3 Leder. Obwohl, Stufe 3 Leder gibt es hier, glaube ich, gar nicht so viel, ne? Weil es gibt hier, glaube ich, keine Tiere. Keine Pürscher und sowas. Und wirbern. Ups, die gibt es nur in der Hand. Die Inquisition ist in der Gegend. Schlagt rasch zu. Lass sie nicht durch. Warnt sich erledigt. Es ist alles ruhig. Aus welchem Grund soll ich da hochgehen? Das war meine Miene noch. Das wird sich zeigen. Aus welchem Grund soll ich hier überall hoch? Wenn ihr was von mir wollt, seid ihr tot. Okay, jetzt haben wir da noch irgendeinen Holzbruch oder... Okay, doch, Holz. Alter. Töte dieses verfickte Drecksvieh, Alter. Das kratzt uns schon wieder irgendwelche scheiß Schiecher an uns ab. Wahnsinn, ey. Es kommt hier hochgelaufen. Diese scheiß Pracht. Widder. Nur um ihre scheiß Wölfer wieder an uns abzukratzen. Genau wie in der erhabenen Ebene. Genau derselbe Kratz. Und dann ist das scheiß, wie gleich das erste was frecken wird. So kackend dreist immer ihren Scheiß an uns abziehen muss. Okay. Genug aus. Okay, unser Abbonus aktiviert sich doch. Äh... Alles ist so genau... Sehenswürdigkeit verjessen. Hauptsache, ich spawne das mal mit allen meiner ganzen Leute dort. Alles gut, wie es aussieht. Voll die komische Stimme gehabt. Voll so eine retarded Stimme. So eine Stimme wie Robert. Weißt du? Oh, Silberit. Jetzt wird's ja mal... Boah, jetzt geht's richtig los hier. Silberit, jawoll. Stufe 3 Metall, herrlich. Okay, es gibt Everit, Silberit und Demmer... Uäh, Stein. Ja, fliegt an meinem Ihnen. Fliegt alle nach oben. Sehr gute Idee. Ah ja, da haben wir dann unsere schöne Geschenkpakete. Dale Sloan, perfekt. Was kommt der damit? Was können wir jetzt hier? Achso. Wolfsskriptur der Delish. Eigentlich ist das Van Harrel. Mit so nem komischen Eiskristallen sieht das aus wie so ne Punker-Frisur. Als ob der Wolf hier so ne Punker-Frisur hat. Ach, hier müssen wir sogar lang, oder was? Blutstein, das hätt mich allerdings nicht die Bohne. Mensch, geht doch mit eurem scheiß Blutstein weg hier. Dämmerstein, ja, das ist schön. Nichts berührter Dämmerstein, nur das achtmal. Yeah, jetzt fängt langsam an das Spiel wieder. Jetzt richtig viel Spaß zu machen. Da haben wir noch mehr Dämmersteine. Das wollen wir natürlich... Jetzt wird's lustig. Jetzt kommt langsam jetzt, ne? Jetzt gehen wir tiefer ins Gebiet hinein. Jetzt kommen langsam die besseren Sachen. Bisher sind die Kämpfe echt simpel. Mit Handwerksspezialisierung kein Problem. Macht super Laune. Und wir haben immer noch unsere Stufe 2 Ausrüstung. Wie fett OP wir sein werden, wenn wir dann die Stufe 3 Sachen haben. Wirst du nicht? Dann geht's Lutti. Was haben wir hier? Neue Gegner. Schatten der Roten Templer. Nein! Keine Chance, Alter. Keine Chance. Wir sind richtig heftig, ey. Nichts berührter. Alter, was geht hier los? Was geht hier ab? Wir kriegen nur nichts berührte Sachen. Essenz-Fiole? Ist das nicht für den Sturmweber? Nichts berührter. Verborgenen Klingen mit 5 Treffern. Was? Das Spiel hebt ab. Ich hebe auch ab. Boah, das sieht voll geil aus, ey. Subnail-Bild. Oder so. Haben wir jetzt hier nicht noch so ein bisschen Everite oder so? Irgendwas ganz Schönes? Ne? Okay. Dann nicht. Ah, warte. Silberit? Silberit? Ja! Silberit! Was ist das denn da? Was? Was? Was ist denn das hier? Eine Diskohöhle oder was? Wieso hängt hier so eine komische... Wie haltet ihr es in den Stallungen der Himmelsfeste nur aus? Es ist still dort. Ich bin gern allein. Ich würde es in diesem Gestank keine Sekunde aushalten. Das sind doch nur Pferde. Von wegen Pferde. Das sind Dungmonster mit Hufen und Schweifen. Was? Hat Kassel-Landler so Angst vor Pferde? Stabklinge 3. Drachen-Stabklinge. Sagt mir gerade gar nichts. Eine Warnung. Finger weg von meiner Pyramide. Alles in Caps noch geschrieben. Das ist bestimmt... Hat es in Marco geschrieben. Ich habe keine Ahnung, was das hier bedeuten soll. Das ist irgendwie ein Insider vielleicht. Ein Dragon Age Insider oder sowas. Was ich nicht verstehe. Wenn es irgendjemand versteht, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung. Was die damit sagen wollen. Es gibt halt so ein paar Andeutungen immer mal wieder auf irgendwelche verrückte Charaktere, die man vor Dragon Age 1 oder 2 mal begegnet sind oder so weiter. So dass man hier in Dragon Inquisition teilweise immer noch hin und wieder mal irgendwas liest oder so. Was irgendwie auf die zutreffen könnte. Alter, manchmal verstehe ich mich selber nicht. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Geprägter Kompass. Ist der wertvoll? Ich meine, er war gut versteckt. Achso, warte. Jetzt will ich jetzt... Ne, warte mal nicht. Mir ist eingefallen, meine Krähenfüße bringen die Gegner zum Bluten. Darum bringt das, glaube ich, nicht so viel, wenn das Ding hier auch Bluten verursacht, oder? Blutungsschaden. Weil ich denke mal, dass die Krähenfüße, die Blutungsdauer, das ist ja ein Effekt. Ich denke mal nicht, dass sich dann der Effekt summiert oder so. Darum würde ich mal das Feuerwerk nehmen. Sieht meine Mini jetzt anders aus? Tatsache! Die leuchtet jetzt grün. Wie geil. Aber ich glaube, die sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Die ist größer so ein bisschen, ne? Dämmerstein. Alles wird mitgenommen. Sechs Stück. Perfekt. Was ist denn das da oben? Ein Säckchen mit Gold. Elfenwurzel. Oh Gott, schon wieder so viel. Ja, und hier ist jetzt wieder eine Vari-Quest. Das Ding ist halt, wir haben von Valeric schon so viel Zuneigung. Eigentlich soll ich das zerstören? Ich weiß es nicht. Taschentagebuch. Keine Ahnung. Ich habe mal so verbrannte Leichen hier. Leck mich. Ich zerstöre es nicht. Silberit! 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 Oh! Zwei mal Stück! Oh! Silberit! Nichts! Nichts berührt Silberit! Wow! Oh, ich bin im Himmel, Alter! Ich bin im Himmel! Mir gefällt das Spiel super! Oh! Gibt es auch nichts berührte Elfenwurzel? Wenn es das gäbe, Alter, hätte ich es schon bekommen jetzt. Hä? Ey, ich will da nicht runterspringen, ne? Habe ich keinen Bock drauf. Können wir den ganzen Weg nochmal hier rumlaufen. Leck mich, Mann! Ich mache es kaputt, wenn ich Verrick habe. Okay, wie komme ich jetzt da zu meinem Säckchen hin? Wie komme ich... Ah, ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ja? Ah, jetzt... Okay, das sieht gut aus. Hier ist mein Säckchen! Jetzt ist hier nur ein scheiß Plunder drin. Sturmherz! Auch Stufe 3. Allerdings drei Stück. Das bringt nicht so viel. Damit... Mit drei Stück können wir nicht so viel machen. Mit sechs Stück. Da können wir dann schon eher was machen. Aber deswegen auch immer herzlich willkommen. Okay, jetzt haben wir hier eine Kreuzung oder sowas. Okay, mir gefallen die Scharfschützen hier nicht so ganz gerne. Hupsala! Wollte ich nicht! Steh normal auf! Krieg normal hin! Was? 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 Mann, hab ich gut getroffen! Oh Gott! Was kommt denn jetzt hier runter? Das ist jetzt auch wieder ein großer Gegner. Der zählt jetzt auch wieder nicht für meine Bienen. Aber deshalb haben wir ja noch andere Fähigkeiten. Dale's Loden! Koloss! Das ist der erste Koloss, den ich getötet habe? Wow! Ich hätte Varric mitnehmen müssen, ne? Eindeutig. Der fehlt gerade wirklich. Der hätte schon mal überall richtig gut zugestimmt die ganze Zeit, weil wir die ganze Zeit rote Templer aufs Maler haben. Was? Okay, Flashtrebe brauche ich nicht. Aussufungszeichen, da komme ich später hin. Kann ich hier irgendwo ein Lager aufschlagen zufällig? Ist das hier irgendwo erlaubt? Könnte ich nämlich ganz gerne mal Varric so langsam mal mitnehmen. Lol! Hast wohl die Party verpasst, wa? Ich wusste, er muss mir wieder den Kill klauen hier. Sieben Dales Lohn, perfekt. Dämmerstein überall. Alter! Überall Dämmerstein! Vier Stück! Ohoho! Alter, ich freue mich ein Rad ab, gerade. Und Silberit. Und noch mehr Silberit. Jawohl! Alter, Rohstoffhimmel. Es ist einfach der Rohstoffhimmel Nummer 1, ey. Okay, da waren wir schon. Ist ja safe, hier lang zu gehen. Dämmerstein! Nummer 4. Ist trotzdem die Frage, ob das wirklich alles reichen wird, weil... Ich dachte, dass ich damals bei Stufe 2... Bei der Stufe 2-Ausrüstung habe ich da auch damals gedacht, dass es reicht. Die gehen ganz gut, glaube ich. Beanspruchen. Alter, das ist... Alter, wer hat so eine riesige, scheiß verfickte Brücke gebaut? Alter, wie viele Monate, Jahre hat denn das gehört bitte gedauert, um sowas zu bauen? Verfallene Brücke. Für da ganz hinten irgendwie, keine Ahnung. Cooler Turm. Vielen Dank.